Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Es steht wieder eine Ausgabe RTDT an, Ray testet dein Tuning heißt das Ganze und ist namensgebend das Format, bei dem ich Tunings hier aus der Community teste, mir mal anschaue und so mein Gefühl, meinen Ersteindruck so ein bisschen wiedergebe und wenn mir jetzt halt irgendwas ganz speziell auffällt, versuche ich natürlich auch einen Tipp zu geben, wenn ich sage, okay, guck mal, der untersteuert hier extrem, da kann man vielleicht hier und da was machen. Aber bevor wir anfangen, muss ich jetzt nochmal was loswerden und das betrifft vor allem die Zukunft dieses Formats und das ist tatsächlich drastisch und da habt ihr tatsächlich auch eine große Entscheidungsgewalt und vor allem auch die, die tatsächlich Tunings einschicken und die bitte ich dann auch jetzt hier wirklich zuzuhören und vor allem dann auch gleich abzustimmen. Und zwar, in der letzten Ausgabe und auch in der ersten Ausgabe habe ich ja gesagt, dass ich eigentlich ungern die Zeiten dieser Tunings vergleichen möchte, denn nicht jedes Tuning ist dafür gemacht, um auf eine Strecke geschickt zu werden. Manche Tunings haben ja ganz andere Ziele und deswegen fände ich es halt ein bisschen blöd, wenn man die dann so in eine Rangliste stellt und dann total verkacken und naja, das wird dann halt dem nicht gerecht. Manche wiederum sagen aber, hey, ich mache extra ein Tuning, was schnell ist, was für die Rennstrecke konzipiert ist oder beziehungsweise für die Rennen hier im Spiel konzipiert ist und ich würde ganz gerne den Vergleich hier in der Community haben und ich verstehe beide Seiten und deswegen habe ich jetzt eine Idee und die Idee wäre folgende, dass ich im Formular, wo ihr ja die Tunings einschicken könnt, nebenbei in der Videobeschreibung das Ganze verlinkt, quasi einen Haken mache, den ihr anklicken könnt oder nicht, ob ihr quasi sagt, ja Ray, du darfst das Tuning auf die Teststrecke entführen ohne Zeit nehmen oder halt eben nicht, wenn ihr den Haken nicht aktiviert. Das Problem ist jetzt, alle bis jetzt eingesendeten Tunings, das sind so um die 300 Stück, das ist schon eine betreichtliche Zahl, kann ich nachträglich diese Option nicht mehr bieten. Das heißt, es gibt halt jetzt ein paar Optionen. Ja, Option 1, ich resette nochmal alle Einsendungen, also alles kommt weg, was ihr eingesendet habt, bis auf die Designs, also die Designs lasse ich drin, aber alles, was mit Tuning zu tun hat, wird resettet und ihr müsst nochmal neu einsenden, also alles, was ihr auch geschrieben habt, müsst ihr nochmal neu einsenden und dann halt entsprechend nochmal sozusagen bestätigen, ja, ich möchte den Haken oder halt eben nicht. Oder Variante 2, ich füge diesen Haken ein und bis jetzt alle eingesendeten Tunings werden als Nicht-Haken gesetzt, ja, also als diejenigen, dass sie gesagt haben, okay, ich möchte nicht auf die Teststrecke, das heißt, erst alle neun Tunings und Einsendungen können diese oder von dieser Option Gebrauch machen. Und genau, das sind jetzt die zwei Optionen. Gut, eine dritte Option wäre noch, wir machen es gar nicht, ja, aber ich glaube, das kommt nicht in Frage und ja, da könnt ihr jetzt abstimmen, müsst ihr jetzt irgendwo so ein I aufploppen, müsst ihr auf dem Smartphone, Tablet und so weiter auch gehen und da bitte ich wirklich auch nur die Leute abzustimmen, die auch wirklich Tunings eingesendet haben oder auch noch einsenden möchten. Ja, also die Zuschauer, die einfach nur, ja, sich unterhalten lassen wollen, die interessiert das Thema jetzt wahrscheinlich eh nicht so direkt, das tut mir auch leid, aber es musste jetzt einfach losgesprochen werden. Ähm, genau, die Leute aber bitte ich tatsächlich abzustimmen und eben die anderen halt eher nicht, dass es auch wirklich die betrifft oder die abstimmen, die, ja, es auch wirklich betrifft. So, jetzt aber kommen wir zum Punkt, wir wollen natürlich zur Folge überschreiten und da habe ich mir wieder vom Zufallsgenerator zwei Einsendungen ausgeben lassen und ja, die erste Einsendung, die wir hier haben, ist von TuberAlarm865970. Er hat den 2015er Audi R6 Avant eingeschickt, sowohl ein Tuning als auch ein Design dazu und er hat geschrieben, das ist der Audi R6 R Yakuza Edition bei MK Performance. Die Yakuza lassen den R6 in ein gnadenloses Katana verwandeln, welches durch seine Leistungssteigerung von über 220 PS nicht nur den Supersportwagen auf der Autobahnkonkurrenz macht, sondern auch durch die verschiedensten Handling-Anpassungen selbst einen McLaren 570S auf der Rennstrecke im Schatten stehen lässt. Dieser R6 ist messerscharf und brandgefährlich wie seine Vorbilder. Die Yakuza! Es gilt trotzdem zu sagen, wir reden hier über einen Kombi. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir laden uns das Tuning direkt mal runter, beziehungsweise ich habe es schon runtergeladen, wir installieren es vielmehr. Wir sehen, er hat es auf S1 900 aufgebaut, wir sehen diese doch gute Leistungssteigerung, auch von den Newtonmeter geht es nochmal nach vorne und wir sehen vor allem einen massiven Gewichtsverlust, also Handling-Anpassung hat er das jetzt genannt, ich nenne das jetzt einfach mal Gewichtsreduzierung, weil 400 Kilo über 400 Kilo wegzunehmen, das macht viel aus. Ich gehe auch davon aus, dass er hier entsprechende Rennreifen, oder nicht Rennreifen, aber bessere Reifenmischung verwendet hat, denn wir sehen halt einen extremen Handling-Zuwachs und ja, ein 8-0-Handling ist okay auf der S1 900-Klasse. Nicht das Beste, aber es ist okay, würde ich sagen. Also die drei nur von den Werten her, aber das hat noch nichts zu sagen. Er sagt selber, es ist noch ein Kombi und es soll ja vor allem auch auf der Autobahn punkten. So, ich habe es geladen und jetzt habe ich trotzdem nur einen Leistungsindex von 899 da oben, das stimmt ja dann aber irgendwo nicht, oder? Laden wir es nochmal neu. Okay, oder haben die da irgendwas verkackt oder beziehungsweise verändert in einem Update, dass die Leistungsindexe jetzt anders berechnet werden? Nö, da steht 899, warum auch immer. Egal. So, er hat noch ein Design gemacht, das wollen wir uns natürlich auch direkt mal gönnen. Das laden wir uns jetzt aber wirklich runter. Dann geben wir nochmal seinen Namen hier ein. Tuba Alarm. Im Übrigen, Groß-Kleinschreibung ist bei Nicknames egal. Ja, also da müsst ihr keinen Stress machen. Ähm, so. Und da haben wir das Ganze auf den ersten Blick. Schaut es ja schon mal beim Vorschaubild sehr Standard aus. Aber wir gucken mal, vielleicht so ein kleines Detail. Und hier auch nochmal der Hinweis, ja, auch als Designer könnt ihr dieses Format nutzen. Ihr könnt auch nur ein Design einschicken. Das ist gar kein Thema. So, okay, er hat hier so einen weißen Streifen. Was steht denn jetzt hier? Soll das Yakuza heißen? Nee, oder? Oder bin ich blöd? Es könnte Yakuza heißen, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ja, 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 doch, es heißt Yaku, aber das ist doch eher ein E, oder? Oder soll das ein Z sein? Yakuza. Es soll Yakuza heißen. Fertig. Ob der Seite hat das auch nochmal gemacht? Ist auf jeden Fall ein sehr cooler Schriftzug, auf jeden Fall, wenn man weiß, was es bedeutet. Ähm, ja. Ja, kann man so machen, auf jeden Fall. Ähm. Kann man so machen, warum auch nicht. So, Forzaton werden wir jetzt aber nicht mit dem Teil spielen, sondern wir werden jetzt erstmal rausgehen. Und wir gehen auch direkt mal auf unsere Testschrecke, allerdings nicht, um eine Zeit zu nehmen, sondern ein kleines Rennen zu fahren. Und da werden wir, äh, upsala, hier fahren wir hin. Und ich habe jetzt gerade noch gesehen, oben auf dem Splitter, oder auf dem Spoiler, da auch nochmal was draufstehen, oder? Steht da, ah, guck mal, in Farbe. Moment mal, da gehen wir kurz in die Drohne, dann dürfen wir das ja nochmal ein bisschen besser sehen. Wenn das Design machen wir schon richtig, da hat auch nochmal was geschrieben. Okay, MK, Perf, Performance wahrscheinlich dann, okay. Ja, Design kann man machen, ist schlicht, äh, passt irgendwo. Felgen sind, ja, kann man auch machen, muss man aber nicht. Okay, Racer, ich habe deine Route zur Forzaton Live-Veranstaltung aktualisiert. Cool, da will ich aber eigentlich gar nicht hin, ich will eigentlich dieses Rennen machen. So, wählen wir aus, äh, genau, ja, Super Saloon können wir machen. Achso, nee, halt, ich will ja mal eine Strecke, können wir eben nicht machen. So, Pixar, Test Race, genau, das wollen wir machen. So, und dann fahren wir mal und, äh, gucken, wie er sich hier so schlägt, wie er sich so fährt, was mir so auffällt. Ich meine, der R6 ist hier im Spiel auch in der Serie schon sehr gut zu fahren, was, äh, mich tatsächlich sehr wundert, weil in den Vorgängerteilen war er eher nicht so geil zu fahren, sehr untersteuernd, das ist hier nicht so der Fall. Also die Basis vom R6 ist hier eigentlich schon mal eine ganz gute und ist ja auch ein Fahrzeug, was wir zum Beispiel bei Cops vs. Racer, Granda Most Wanted Edition, ja auch als Cop-Fahrzeug nutzen. Und da habe ich ja auch das Cop-Tuning aufgebaut und dementsprechend weiß ich, dass das Fahrzeug auf jeden Fall schon ein sehr gutes Potenzial hat. Ja, was man direkt merkt, ist das wenige Gewicht tatsächlich. Also, klar, die Optik ist immer noch bullig und groß, ähm, aber man merkt schon, wie leicht und schnell das Fahrzeug die Last wechseln kann, äh, dass da halt eigentlich so kein wirkliches träges Moment da ist. Und, ja, wir haben ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen noch, ja, die drei Batara machen wieder eine Alternativrude. Ähm, wir haben ein bisschen in schnellen Kurven oben raus ein bisschen, ja, leichtes Untersteuern. Ich glaube, vom Krippniveau könnte das Fahrzeug tatsächlich schneller noch oder beziehungsweise besser noch über die Vorderachse. Aber scheinbar, äh, ja, lässt das Tuning nicht zu. Da würde ich mal versuchen, tatsächlich den vorderen Stabby nochmals einen Ticken weicher zu machen. Beziehungsweise vielleicht den Heckstabby einen Ticken härter machen. Ansonsten fällt mir jetzt direkt erstmal nichts auf, wo ich jetzt sagen müsste, oje, oje, Bremse passt. Bremsdruck könnte man ein bisschen erhöhen, aber das ist Geschmackssache, das ist vom Fahrer abhängig, da will ich überhaupt nicht jetzt urteilen. Ansonsten passt das aber eigentlich absolut. Man kann relativ früh ins Gas gehen, die Leistung kommt super geil rüber, klar, die Gewichtsreduktion macht was aus. Das ist wirklich so, gerade so im hinteren Bereich der Kurve, wenn du so eigentlich schon wieder Richtung rausbeschleunigen gehst, dann ist wirklich so das Problem, dass das Fahrzeug ein bisschen über die Vorderachse schiebt. Man könnte tatsächlich auch versuchen, ein bisschen vorne auch die Feder weicher zu machen, nicht viel, ein bisschen. Das könnte man nochmal versuchen, um da einfach ein bisschen mehr Druck hinzugeben. Und dann halt vielleicht auch nochmal über Stiff vorne weniger sperren. Vorne weniger sperren und vielleicht auch von der Verteilung her ein bisschen mehr nochmal auf die Hinterachse geben, dass es ein bisschen zackiger auf der Hinterachse wird. Nur ein bisschen, das sind Nuancen. Nicht immer massiv was verändern und dann passt das eigentlich. Aber im Großen und Ganzen absolut erfüllt seinen Job hier, das Fahrzeug. ist aber, ja, jetzt unbedingt nicht messerscharf wie ein Katana. Da erwarte ich dann eigentlich bei so einer Formulierung schon ein spritziges Kerlchen oder ein giftiges Kerlchen ein bisschen. Also nicht so, dass es unfahrbar wird, aber halt, dass man so ein bisschen so denkt, so, oh yeah, oh yeah. Und dazu ist das Ding hier, muss ich sagen, doch zu angenehm zu fahren. Ja, also es ist schon schnell, es ist brutal, auf jeden Fall. Aber jetzt so vom Fahren her selber ist es sehr angenehm, weil eben durch die leichte, leichte untersteuernde Tendenz ist es halt so, dass das Fahrzeug doch eher, ja, sehr stabil einfach wirkt. Dass man da eigentlich nie die Gefahr hat, dass das Fahrzeug irgendwie ausbricht, dass es in den schnellen Kurven irgendwie zu Problemen kommt. Aber ansonsten passt es auf jeden Fall. Quattro hilft natürlich extrem bei solchen Geschichten. Die haben wieder mega Probleme. Ja, vielleicht muss ich die Strecke nochmal irgendwie neu machen oder so, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, warum die drei Vatare hier so kacke machen. Ah, okay. Da zieht es mich jetzt gerade richtig weit. Ja, ich kriege das Fahrzeug überhaupt nicht mehr auf die Strecke gelenkt. Krasser Scheiß. Aber das ist auch sowas. Also da über die Vorderachse geht tatsächlich einfach nicht so viel bei solchen Situationen. Aber wir werden jetzt gleich im Anschluss nochmal ein kleines Sprintrennen machen gegen die Super Saloon-Konkurrenz. Und dann sehen wir vielleicht da nochmal ein eheres Bild, wie es denn dann auch entsprechend gegen die Konkurrenz so ausschaut, gegen die drei Vatare, ob man damit eine Chance hat. Ich gehe davon aus auf jeden Fall. Aber wir werden es dann gleich sehen. Achso, im Übrigen auch nochmal kurz zu der Anfangsgeschichte. Ich habe das Formular jetzt erstmal gesperrt, bis seine Entscheidung getroffen wurde. Also ihr könnt aktuell keine neue Einsendung machen. Also auch an die Designer, tut mir leid, geht gerade nicht. Und dann eben gucke ich mal, wie das Ergebnis ausfällt. Eben, ob ihr da sagt, jawohl, machen wir einen Komplett-Reset oder die bestehenden Einsendungen wegen halt keine Teststreckenrunde. Also da müssen wir jetzt halt einfach mal gucken, wie wir das Ganze handhaben. Natürlich wird es dann auch, also wenn ihr euch dafür entscheidet, wenn ihr nicht Punkt 3 gewinnt, dann wird es natürlich eine eigene Liste geben. Die wird mit der offiziellen Teststreckenliste nichts zu tun haben. Wenn ihr die vergleichen wollt, dann könnt ihr das ja selber tun. Die Listen wird es dann auch online geben, zum Nachgucken jedes Mal. So, sehr schön. Und wie gesagt, dann machen wir jetzt noch ein kleines Sprintrennen im Anschluss. Und wir werden da mal schauen, wie er sich eben gegen die Konkurrenz schlägt. Da haben wir doch, glaube ich, hier irgendwo so ein Sprintrennen sogar in der Nähe direkt, oder? Ja, nehmen wir einfach hier das da unten. Da haben wir ja sowohl langsame als auch schnelle Abschnitte mit dabei. Jawohl. Dann wählen wir das mal aus. Und dann fahren wir dieses Rennen. Und im Anschluss, gleich schon mal der Teaser, gibt es natürlich nochmal ein Tuning und auch ein Design. Also wieder eine Doppel-Einsendung. Da natürlich auch der Hinweis, klar, ihr könnt jetzt natürlich nichts einsenden, weil, wie gerade schon gesagt, das Formular ist gesperrt. Aber trotzdem als Hinweis, ihr könnt natürlich, wenn ihr sagt, ich bin Designer, natürlich nur ein Design einsenden. Aber wenn ihr halt sagt, ich bin Designer und es gehört halt eine gewisse Felge dazu oder eine Tieferlegung dazu oder wie immer, könnt ihr das einfach im Design oder im Text vermerken. Also ihr müsst dann kein extra Tuning einschicken. Genauso aber auch umgekehrt, wenn ihr jetzt nur ein Tuning habt, ihr müsst kein Design machen. Also ihr könnt auch nur das Tuning einschicken, das ist alles gar kein Thema. Ihr könnt aber auch sagen, hey, ich finde, ich habe ein geiles Tuning, aber mach mal bitte das Design von Spieler XYZ drauf, dann wirkt das einfach geil. Dann kann ich das natürlich auch machen. Dann werde ich aber das Design natürlich nicht bewerten. Nur wenn ihr halt wirklich sagt, okay, ich muss jetzt oder ich wollte jetzt hier so ein Komplettpaket machen mit Design, mit Tuning, allem drum und dran, so wie ich das ja meistens mache mit meinen PXH-Sachen. Und ich betone da meistens, weil es gibt ja auch durchaus PXH-Fahrzeuge, die nur ein Tuning haben und es gibt auch durchaus nur PXH-Designs ohne ein Tuning. Das könnt ihr natürlich auch dann so handhaben. Deswegen biete ich ja die Option auch an. Ja, und man sieht, man hat eigentlich hier ein ganz gutes Händchen. Ja, und ich möchte auch nochmal betonen, das merkt man hier jetzt gerade insbesondere, kann die langsam innen rein, wir haben kein Untersteuern beim Kurveneingang, ja, oder bei der Kurveneinfahrt, das muss man nochmal sagen. Das ist hier sehr, sehr gut gelöst. Das Problem besteht wirklich beim Rausbeschleunigen, beziehungsweise sobald die Kurve schneller wird. Und klar, das kann natürlich auch ein Mangel des aerodynamischen Anpressdrucks sein, logisch. Aber ich behaupte mal, dass da wirklich über Stiff kann man da einiges regeln. Und eben, wie schon gesagt, so ein bisschen Federn-Stabi machen, dann kann man das auch schon ein bisschen handhaben. Im Großen und Ganzen funktioniert aber das Tuning, wie man sieht, ohne Probleme. Man kann die unschlagbaren Dreivartare ganz easy schlagen bei so einem Rennen. Und damit würde ich sagen, schließen wir auch das Thema ab. Vielen Dank an Tuba-Alarm oder Tuba-Alarm. Ich weiß nicht genau, wie du ausgesprochen werden möchtest, aber du weißt, dass du gemeint bist. Vielen Dank für deine Einsendung. War auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich gebe dir natürlich ein Like. Ich finde, das gehört dazu. Das machen wir natürlich für das Design. Und dann, ja, zum nächsten Fahrzeug. Und da hat der gute Paolo einen BMW M4 GTS eingesendet. Und er hat geschrieben, Hallo Ray, ich schicke dir ein Tuning, das auf der PX-Teststrecke entstanden ist. Die Idee war es, den M4 GTS noch etwas besser zu machen und ohne zu übertreiben. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Das Design ist ein schlichtes Auffrischen des Originals. Ich wollte im Design etwas mehr orangene Akzente setzen. Wünsche dir viel Spaß beim Testen und entschuldige für alle Sprachfehler, da ich aus Polen komme. Liebe Grüße aus Polen. Ja, und das sage ich an der Stelle. Liebe Grüße aus Süddeutschland zurück. Ja, ähm, ja, ich muss auch sagen zu den Texten. Ähm, ich lese sie nochmal durch und hier und da passe ich auch ein paar Sachen an. Äh, mehr oder weniger lasse ich aber die Texte im Original. Es sei denn, der Originaltext, den ihr einsendet, ist wirklich so scheiße geschrieben. Tut mir leid, dass ich das so sage. Äh, dann schreibe ich den Text nochmal neu mit demselben Sinn. Das habe ich auch in der letzten und ersten RTDT-Ausgabe gemacht. Dann habe ich das aber auch mit so einem Sternchen vermerkt unten, dass es eben vom Original abweicht. Äh, aber hier habe ich jetzt nur ein paar Sachen umgetextet. Im Großen und Ganzen ist es die Original-Message. Und, äh, ja, musste ich nicht entschuldigen dafür. Also, ähm, ja. Ich selber, ja, um da mal kurz vom Thema abzulegen. Ich selber war Legastheniker. Ich würde sagen, ich war, ich bin's nicht mehr. Ähm, ich habe da sehr, sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, um, ähm, wirklich ein bisschen besser zu werden. Aber hier und da rutschen natürlich immer noch Fehler raus. Ich meine, das ist auch irgendwo menschlich. Solange man's versteht und lesen kann, ist okay. Man sollte sich trotzdem aber bemühen und es nicht als Ausrede nutzen. Oh, ich habe Legasthenie oder ich komme aus einem anderen Land. Man sollte sich trotzdem immer bemühen. Und ich glaube, das hat er hier auf jeden Fall getan. Und deswegen alles cool. So, jetzt aber zum Fahrzeug, zum BMW M4 GTS. Auch hier das Tuning bereits schon heruntergeladen. Er wollte eine leichte Steigerung haben. Ähm, die haben wir auch. Wir sehen aber auch hier, ähnliches Bild, einen massiven, ähm, massiven Gewichtsverlust von 1,5 Tonnen auf 1,2 runter. Ähm, Reifenmischung könnte hier auch nochmal angepasst worden sein. Bin ich mir sogar relativ sicher, dass das gemacht wurde. Ähm, dementsprechend haben wir auch einen massiven Leistungsindex-Zuwachs. Aber, ja, ich bin trotzdem sehr gespannt, wie das Fahrzeug sich dann so händeln lässt. Und vor allem, wenn er schon sagt, es wurde auf der PXH-Teststrecke, äh, ja, konzipiert. Und dann ist es jetzt eigentlich schon wieder schade, äh, dass man sagen muss, okay, er hat jetzt keinen Haken setzen können. Aber genau deswegen der Aufruf an euch. Sagt jetzt Bescheid und nicht irgendwann später. Weil sonst bringt das alles nichts mehr. So, Design hat er auch gemacht und das gucken wir uns als erstes an. Aber auch hier laden wir uns das Design erstmal runter. Wir suchen nach ihm. Und auch hier scheiße ich mal kurz auf die Rechtschreibung, sag ich schon, auf die Groß-Klein-Schreibung. Wie gesagt, das ist beim Suchen egal. Ähm, so, dann laden wir das mal runter. Wir sehen schon ein etwas dunkleres Design. Er hat ja gesagt, er wollte ein bisschen mehr noch diese orangenen Akzente reinsetzen. Aber eigentlich beim Original bleiben, das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Ich mag schlichte Designs, weil wenn es übertriebene Designs sind, dann muss es schon richtig knallen. Und dann muss es echt fetzen und stimmig sein. Ja, okay, er hat hier so das Ding durchgezogen. Das Orange ist ein bisschen, ein bisschen sehr, sehr schlicht. Also es hat was, auf jeden Fall, dass es so ein fast nicht wahrzunehmendes Orange ist. Schade ist es dann aber nur halt mit der orangenen Zierleiste hier und dass die noch so grell ist. Denn, das möchte ich ja mal betonen, die kann man hier unten tatsächlich umfärben. Zum Beispiel, wenn ihr unser Polizei M4 seht, der hat die nämlich nicht in Orange, der hat die nämlich in Gelb, passend zum Kopf-Design. Und dementsprechend, ja, hätte ich entweder die Leiste unten angepasst oder eben die Leiste hier entsprechend in der grelleren Orangen-Variante gemacht. Ansonsten finde ich es geil, muss ich sagen, die Idee. Hat man auch, glaube ich, schon mal gesehen, so diese Schwungform beim M4. Aber ist ja auch egal. Ja, man kann sich ja auch inspirieren lassen und das geht es ja auch gar nicht. Und ansonsten sieht es auf jeden Fall sehr stimmig aus. Mir gefällt auch tatsächlich dieser Grauton. Ich weiß nicht, ob das vom originalen M4 ist oder ob der selber gemacht ist. Kannst du ja, wenn du die Folge siehst, mal in die Kommentare schreiben, ob du selber den Grauton gemischt hast oder ob das ein originaler Grauton von BMW ist. Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Falls es selber gemischt ist, ist er geil, muss ich sagen. Also der fetzt schon richtig. Das sieht schon jetzt hier gerade unter diesem Studiolicht schon geil aus, muss ich sagen. Kann man so machen. Kann man so machen. Wir gehen raus. Wir gehen auf unsere Teststrecke und gucken mal, wie es denn so sich fahren lässt. Denn da ist ja angeblich das Ganze entstanden. Und dann erwarte ich natürlich jetzt schon absolute Performance. Also da muss das Ding jetzt schon richtig knallen. Sonst gibt es Abzüge in der B-Note. So viel ist schon mal sicher. So, ja, unsere drei Vatare werden natürlich jetzt wieder Kacke fahren. Aber die ignorieren wir einfach nicht. Die nehmen wir einfach mal als Lalom-Hindernisse an. So einfach machen wir das. So, Felgen kann man auf jeden Fall machen. Finde ich. Aber Felgen-Geschmack ist ja sowieso so eine Sache. Da kann man sowieso nicht jeden Geschmack treffen. Und, äh, ja, das sollte man auch gar nicht versuchen. Okay. Alles klar. Wir fahren erst mal. Hat auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr krasse Einlenkreaktion. Das lässt sich ja auch mal nicht. Also, das Fahrzeug lässt sich sehr, sehr gut handeln. Man merkt, dass da halt ein sehr, sehr hoher, ein sehr, sehr hoher mechanischer Kripp da ist. Und auch natürlich die Aerodynamik des M4 GTS spielt da schon mal mit. Ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß es natürlich jetzt nicht, dass aber hier auf jeden Fall an der Aerodynamik ein bisschen mehr Richtung Downforce gedreht wurde. Weil gerade so oben raus, habe ich das Gefühl, fehlt ein bisschen die Power. Gut, er hat ja auch jetzt nicht so viel mehr Power dazugegeben. Wenn wir mal kurz mal auf die Telemetrie achten. Aber wir haben ja trotzdem deutlich weniger Gewicht. Also, hier wurde schon sehr, sehr mehr Richtung Handling investiert. Und er sagt ja auch, er will auf der Teststrecke performen. Und da macht natürlich das auch absolut Sinn, das Fahrzeug mehr Richtung Racy zu betreiben oder zu tunen. Gerade in Horizon 4 sind Tunics in mehr Richtung Motorsport, sage ich jetzt mal, Richtung Rennwagen gehen im absoluten Vorteil. Fahrzeug performt auf jeden Fall. Ich weiß nur noch nicht, wie ich so richtig die Dämpfung des Fahrzeugs einschätzen soll. Weil ich finde das Fahrzeug ein bisschen bumpy, muss ich sagen. Aber das sieht man jetzt eigentlich nur so vom Fahrverhalten her, stört es gar nicht. Also, die Bodenwellen werden alle super geil weggeschluckt. Also, das Fahrzeug macht auf jeden Fall einen super Job. Auf jeden Fall. Man kann hier, wenn man ein bisschen früher ins Gas geht, ohne Probleme das Fahrzeug handeln und so weiter. Also, ich habe da jetzt nichts zu beanstanden. Erstmal. Also, mir fällt jetzt nichts aus. Ich versuche jetzt mal, Stück für Stück ein bisschen das Limit zu erhöhen. Und einfach mal zu gucken, wo denn die Grenzen des Fahrzeugs liegen. Und da dann vielleicht ein bisschen Schluss folgern, ob da irgendwo noch was zu verändern oder rauszuholen ist aus dem Tuning. Oder was vielleicht zu meinem Fahrstil nicht passt. Aber im Großen und Ganzen kann ich echt nicht meckern. Und will ich auch nicht. Nicht, dass ich jetzt nach Fehlern suche, aber ich denke mal, ihr schickt ja auch Tunings ein. Um vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Blick von einer anderen Person zu bekommen. Und ich möchte euch natürlich schon ehrlich und kritisch das Ganze begutachten, um euch da vielleicht auch einen entscheidenden Tipp mitzugeben. Aber aktuell, muss ich sagen, bis eben auf dieses etwas bumpy Fahrverhalten, habe ich da jetzt nichts, was mir irgendwie negativ aufstößt. Einzige, was mir jetzt am Start so ein bisschen aufgefallen ist und auch hier und da ein bisschen auffällt, ist beim Getriebe. Gerade weil du sagst, du hast es auf dieser Strecke abgestimmt. Gerade der zweite Gang könnte, glaube ich, einen Ticken länger sein. Also, man braucht den nicht so oft hier auf der Strecke. Aber wenn man ihn braucht, dann ist man eigentlich schon fast wieder am Drehzahlbereich. Das heißt, entweder bleibt man am besten im dritten Gang bei deinem Tuning und nutzt den zweiten Gang gar nicht oder, ja, muss man mal gucken. So, ich habe mal versucht, ein bisschen zu spät zu bremsen, wie er darauf reagiert. Naja, passt aber auch alles. Ja, ich bin zufrieden. Also, ich kann da echt nicht jetzt meckern. Das Fahrzeug macht einen sehr, sehr guten Job, einen sehr, sehr race-tauglichen Job vor allem. Ja, so unterm Sonnenlicht kommt das Orgen schon mal ein bisschen krasser rüber, wie im Studiolicht. Nö, macht einen super Job, sehr, sehr schnell in den Kurven. Passt. Kann relativ früh ans Gas gehen. Naja, eben hier so, da weiß ich jetzt nicht, ob ich im dritten Gang bleiben soll oder im zweiten Gang. Ja, ich würde einfach mal empfehlen, das können wir aber gleich nochmal testen. Lass das gleich nochmal testen, aus dem Start raus. Ich möchte jetzt gerade nicht anhalten, ich möchte jetzt mal die Runde nochmal durchziehen. Ob man dann vielleicht wirklich am zweiten Gang nochmal was ändern sollte. Das war ein bisschen jetzt zu spät gebremst. So, hier kann man alles Vollgas fahren, was schon mal sehr, sehr geil ist. Macht richtig Spaß, hier das Ding durchzuprügeln. Wie gesagt, Fahrwerk macht, was es soll hier. Aber hier haben wir es gerade auch gesehen, er bumpt hier so ein bisschen. Bringt aber das Fahrzeug lustigerweise nicht aus dem Konzept. Normalerweise, wenn sowas ist, kann das halt passieren, dass das Fahrzeug sich dann aufschaugelt und wirklich aus dem Konzept kommt. Das passiert hier nicht. Und ich glaube, da hilft tatsächlich die Aerodynamik des M4 GTS ein bisschen auch mit, dass das nicht passiert. Also das könnte man vielleicht nochmal anschauen, dass man das Bumpige etwas wegnimmt vom Fahrzeug. Also, dass er nicht so die ganze Zeit so springt und aufwappelt, gerade auf der Hinterachse. Könnte man überlegen, ob man das ein bisschen ruhiger hinbekommt. Vielleicht kann man da nochmal ein paar Zehntel dann rausgewinnen, muss ich sagen. Das könnte möglich sein. Also das könnte dann ein bisschen schneller sein, das Fahrzeug nochmal. Aber wissen tue ich es nicht. Das müsste ich jetzt selber einstellen und testen können. Ähm, ja, jetzt ist die Strecke zwar ein bisschen nass, aber lass mich das trotzdem kurz mal testen. Ja, okay. Also ich würde dir empfehlen tatsächlich, ähm, beim Getriebe, ich weiß nicht, ob du ein Renngetriebe drin hast, falls ja. Also wenn du die Gänge einzeln anpassen kannst, mach den ersten Gang nochmal länger, wirklich länger und den zweiten Gang auch einen Tick. Die restlichen Gänge kannst du dann lassen. Gerade die ersten beiden Gänge ist beim Heckantrieb kein Problem, wenn die ein bisschen länger sind. Das kann ich dir nur wärmstens empfehlen, auf jeden Fall. So, und ich würde sagen, wir machen nochmal ein ganz kleines Sprintrennen am Ende und, ähm, gucken dann, wie wir da nochmal abschneiden. Sind natürlich jetzt mehr oder weniger ein bisschen über die 30 Minuten dann gleich schon, aber, äh, das muss ich gerade mal gucken. Naja, da kommen nochmal Tracktoys. Aber ich habe am Anfang ja auch ein bisschen off-topic gelabert. Und demher sollte das ja auch dann klargehen, dass wir jetzt ja nochmal auch ein kleines Rennen fahren. Ja, aber zwei coole, äh, Tunings auf jeden Fall, die ihr da eingesendet habt, finde ich auf jeden Fall top. So muss, so muss das sein. Kann man mit beiden Spaß haben und, ja, ich lade natürlich wieder jeden hier aus der Community dazu ein, wenn ihr da auch Lust drauf bekommen habt, diese Tunings mal auszuchecken oder die Designs, dann, ihr habt die Nicknames gesehen, einfach auch mal auschecken. Und Spaß haben. Also der M4 kann man auf jeden Fall sich gönnen. Der ist eine Spaßmaschine. Und jetzt gucken wir mal, wie er hier am Sprintrennen so besteht. Ja, aber es ist, also ich muss sagen, wirklich top, top-tuning, gefällt mir richtig gut. Und vielleicht ist jetzt auf jeden Fall hier in Horizon 4 das beste Tuning, was wir bis jetzt hatten. Aber gut, so viele hatten wir noch nicht. Aber, ähm, ja, wie gesagt, also ich würde jetzt das Getriebe, erste beiden Gänge nochmal einen Ticken anpassen. Das würde dem nochmal ein bisschen helfen und dann halt vielleicht eben schauen, ob man das, dieses Aufspringe, dieses Bumpy-Gehinde ein bisschen wegbekommt. Ähm, sofern halt natürlich sich nichts am Fahrverhalten ändert. Weil, wie gesagt, es ist eigentlich nur eine optische Sache, so ein bisschen. Es stört nicht beim Fahren. Also das Fahrzeug wird nicht tatsächlich unruhig. Es sieht nur so aus. Und, äh, was ich sehr lustig finde, dass es so ist. Und, äh, na guck mal hier, so ein GT3 RS. Einmal mal ohne Probleme jagen mit dem Tuning. Und vor allem, er macht jetzt hier auch in einem Frühlingsrennen, was nass ist, macht er so einen guten Job. Gerade die Rennen, die sind ja eigentlich furchtbar eklig, weil es halt richtig rutschig ist. Also Krip ist da. Und ich bleib dabei, also die Aerodynamik wurde ja auf jeden Fall massiv noch umgeschraubt. Anders kann ich mir das auch nicht erklären, dass das Fahrzeug so stabil bleibt in manchen Situationen. Was ja aber auch völlig legitim ist. Und das kann man es ja machen. Ja, aber wie gesagt, vielleicht kann man, wenn man es ein bisschen dadurch straffer macht, ein bisschen das Bambige wegbekommen, dass das Fahrzeug ein bisschen direkter nochmal wird. Vielleicht ein Ticken schwieriger zu handeln. Vielleicht. Aber schneller. Ja, das ist ja auch nur so ein Punkt. Nur weil ein Fahrzeug sich super geil fährt, heißt es nicht immer, dass es dann auch schnell ist. Wenn man ein Fahrzeug so zu sehr auf Komfort drimmt, nicht, dass das hier passiert ist, aber das kann man ja machen. Dann schluckt das Fahrzeug zwar alle Bodenwellen und alles super und es fährt sich super einfach, aber so absoluten Limit wird dir halt irgendwie Zeit verloren gehen. Und deswegen sind auch manchmal richtig schnelle Tunings auch oftmals ein bisschen schwieriger zu fahren. Das ist halt dann immer so eine Gratwanderung. Wohin muss man gehen? Und deswegen ist halt auch immer der beste Weg, natürlich ein Tuning sich für seinen eigenen Stil zu machen. Und dass man selber so seinen Mittelweg findet. Aber hier, ja, kann ich wie gesagt nur lobende Worte finden. Und deswegen, ja, würde ich sagen, schließen wir die Folge damit ab. Ich bedanke mich fürs Einschalten, falls ihr die Folge gefallen hat, falls ihr überhaupt das RTDT-Format gefällt, dann gebt doch gerne ein Like auf dieses Video. Vergesst, wie gesagt, bitte nicht abzustimmen, das ist sehr wichtig. Das entscheidet die Zukunft hier in Horizon 4 zu dem Format. Und ich bin jetzt aber erstmal raus. Vielen, vielen Dank und dann, ja, bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao!